hallo meine lieben leute der biggie ist wieder am start und heute gibt es ein schönes video von mir und stepsy wo wir in apex natürlich gewinnen mit richtig geilen kilns und sehr vielen kilns natürlich ich wünsche euch viel spaß und wir sehen uns so Das war's für heute. 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 Das war's für heute.